Ist das dein Bestenner Ernst? Also, das ist doch Absicht hier gerade. Alter, das wird gleich richtig unangenehm noch. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Werden Abzock-Influencer bald verboten? Heute geht es um Influencer, die keine Ahnung haben, ziemlich viel Geld verdienen, aber vielleicht bald verboten werden. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Leute, wir wollen alle reich werden. Wir wollen Knete, Kohle, Kröten, Schotter, Kies, Moneten, Zaster, Bimbis. Bimbis? Leider ist das mit dem reich werden nicht ganz so einfach. Ich bin pleite. Zum Glück. Well. Gibt es natürlich im Internet Leute, die uns erzählen, wie das funktioniert. Und mit deren geilen Tipps kann es einfach wirklich jeder schaffen. Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Ja, vielen Dank. Darauf wäre ich nicht gekommen. Was würden wir nur... Twitch Prime is not a crime. Digga, was? ...nur ohne seriöse und gut informierte Finanz-Influencer tun. Von denen man regelmäßig eine professionelle und kompetente Einschätzung zum Thema Geld bekommt. Die Leute, die schreiben, Geld ist nicht das Wichtigste. Die sind behindert. Ja. Die... Alter. Oh Gott, ey. Karl ist einfach wirklich ein lyrischer Gott. Man vertraue ich. Ja, wenn ihr das mit dem Investieren nicht checkt, dann habt ihr einfach nicht das richtige Mindset. Ich schon. Ich möchte natürlich rich werden. Aber was musste ich denn da letztens lesen? Für Finanzprodukte. Verbot von Influencer-Werbung gefordert. Äh, was? Neben denen, die seriöse Tipps zum Sparen und zum Geldanlegen geben, gibt es aber auch solche, die Nutzerinnen zu sehr fragwürdigen Investitionen verleiten. Die Grünen im Bundestag wollen das ändern. Die Grünen! Sie fordern ein europaweites Werbeverbot für Influencerinnen, die sich mit Finanzprodukten, medizinischen Produkten, Glücksspiel oder ungesunden Lebensmitteln beschäftigen. Waaaaah! Und das ist auch von Schönheit, Chirurgie, Tabakwaren und Sportwette die Rede. Was? Holy sch***, Alter. Soll das denn? Ja, das heißt dann, keine Haartransplantationen, keine E-Zigaretten und keine Casino-Streams mehr? Wie viele tolle Momente uns im Internet dann verloren gehen würden. Ich soll mal hier bewiesen! Ich weiß gar nicht, was die haben. Also ich hab bisher zum Thema Geld nur seriöse Aussagen im Internet gefunden. Ich wollte nie nur einen Ferrari haben. Ich wollte immer auch ein Ferrari sein. Aber jetzt ist eine Studie in dem Bereich aufgetaucht, die sagt, dass ziemlich viele Influencer ziemlich oft ziemlich falsche Sachen erzählen. Wie schwer es für Verbraucherinnen ist, die Qualität von Finanzinfluencerinnen einzuschätzen, zeigt eine internationale Studie aus dem Mai 2023. Demnach sind 28% der Finfluencerinnen qualifiziert, 16% unqualifiziert und 56% haben sogar eine negative Qualifikation. Was? Negative Qualifikation? Was ist denn eine negative Qualifikation? Was ist denn noch schlechter als unqualifiziert? Ja, das ist Minusqualifikation. Weniger als Null. Aber geil, dass laut Studienergebnissen 72% der Finanzinfluencer völlig unbrauchbare Sachen erzählen. Holy shit, Alter. Das sehen jetzt bestimmt einige von euch und denken sich, Timon, was redest du für eine Scheiße? Ich kenne ein paar Finanzinfluencer. Die sind seriös, die geben gute Tipps, die haben... Also den einzigen, den man da zuhören kann, ist Finanzfluss. Die ganzen anderen Krypto-Finanzexperten sind jetzt alle irgendwelche verschwurbelten, auf Mallorca lebenden Grünfeinde, die mit ihren propagandistischen, dämlichen YouTube-Kanälen halt so ein Narrativ befeuern von wegen... Ja, die Regierung, die da oben, die nehmen euch alles weg. Also, wirklich. Haben mir geholfen. Warum beschwerst du dich? Da muss ich ihnen zustimmen. Ein Punkt für sie. Und klar... Oh Gott, da war er schon. Die gibt es, sagt ja auch diese Studie. Und ich kenne und verfolge auch einige Influencer in dem Bereich, die gute Informationen geben, aufklären und weiterhelfen. Aber die guten Influencer sind oft gar nicht so einfach zu finden. Eine weitere Erkenntnis, hohe FollowerInnenzahlen sind kein Hinweis auf Qualität. Im Gegenteil, laut der Studie hatten ausgerechnet die besonders unkundigen FinfluencerInnen, die anti-skilled sind, mehr FollowerInnen als... Anti-skilled? What the f***? Solche, die mit ihren Vorhersagen richtig lagen. Was? Wie kann es denn sein, dass ausgerechnet die am erfolgreichsten sind, die besonders viel sch*** labern? Liegt das etwa daran, dass es auf Social Media gar nicht um Kompetenzen, sondern nur um Aufmerksamkeit geht? Also, äh... Das halte ich ja jetzt wirklich für eine sehr gewagte These. Den kann ich hier mit meiner Tomatensuppe und meinem Brötchen nur widersprechen. Oder ApoRed. Bla, 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 blaing. Ja, der cleverste Satz, den dieser Mann jemals gesagt hat. Im Internet überzeugt oft nicht die Kompetenz, sondern wie gut du dich eigentlich verkaufen kannst. Das Problem dabei ist, viele vertrauen Influencer. Ich meine, ihr vertraut mir ja auch auf eine gewisse Weise, weil ihr öfters Videos von mir gesehen habt und euch gedacht habt, ja, der Timon, der sagt manchmal ganz gutes Zeug. Übrigens, danke dafür. Aber ihr seid ja auch in der Lage, sowas kritisch zu hinterfragen und nicht einfach zu übernehmen. Als Influencer baut man aber über die Zeit eine besondere Nähe zu seinen Followern aus. Ja, freundschaftlich, fast familiär. Oh ja. Man denkt, man kennt sich, man vertraut sich. In der Medienpsychologie bezeichnet man sowas auch als parasoziale Interaktion oder Beziehung. Bei einer parasozialen Beziehung baut man über eine Distanz einseitig eine intime Beziehung zu einer Person auf. Und wenn man so eine Beziehung zu einem Finanzinfluencer aufgebaut hat, werden dabei auch Empfehlungen wie persönliche Finanztipps auch teilweise unreflektiert übernommen. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Er hilft euch, er erklärt das alles, aber nur zehn Leute jetzt. Okidoki. Aber wenn die erwiesenermaßen meist keine Ahnung von dem haben, warum geben die dann Tipps an andere Leute im Internet weiter? Die viel wichtigere Frage ist, wie schafft man es, unabhängig von diesen Leuten, die Zielgruppe so zu sensibilisieren, dass die nicht mehr darauf reinfallen. Neben den Verboten von Werbeverboten ist ja auch so ein Bildungsproblem da. Da muss man einfach bei Medienkompetenz ansetzen, bei dem großen Wort Medienkompetenz. Denn wer zur Hölle würde jemals ApoRed vertrauen bei Finanzprodukten oder irgendeinem verschwurbelten Kryptoinfluencer, weißt du? Naja, Geld. Was? Nein. Und versteht mich nicht falsch, es gibt da draußen einige Leute, die auch gutes Basiswissen vermitteln. Denn vor allen Dingen sollte dabei immer das Ziel sein, zu lernen, wie man selbstständig die bestmöglichen Entscheidungen zu seinen eigenen Finanzen treffen kann. Also du lernst das Grundlagenwissen, damit du selber Entscheidungen treffen kannst. Und nicht einfach blind anderen Leuten nachzulaufen und zu tun, was sie sagen. Und ich glaube dann, wenn man das so umsetzt und ein kritisches Denken bei seinen Zuschauern fördert, dann ist es auch möglich, als Influencer in dem Bereich Werbung zu machen. Kleines Beispiel zum Beispiel, wie man sowas ausgewogen und differenziert kommunizieren könnte. Denn ihr sollt ja eigenständig Entscheidungen treffen, Sachen, die für euch persönlich am besten sind. Das bringt uns nämlich zum Partner des heutigen... Oh Gott, ist das Finanzguru? Warte. Finanzen... ...Videos, das könnt ihr nämlich im Bereich der Versicherungen mit... Clark. Clark. Denn Clark ist eine unabhängige Möglichkeit, um all eure Versicherungen und Verträge übersichtlich zu verweilen. Also, es tut mir leid, ne? Wir haben gerade davon gesprochen, dass Leute, die nicht qualifiziert sind, über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Und du machst unironisch einen Clark-Placement im selben Video? Digga, meinst du nicht, dass man da sagen könnte, dass das jemand in den falschen Hals kriegt? So? Irgendwie? Und vor allen Dingen zu gucken, was habe ich, was brauche ich und wo kann ich vielleicht noch einiges sparen? Weil es vielleicht woanders einen günstigeren Tarif gibt. Das ist ja genau... Also, das ist... Tut mir leid, Alter. Das ist ja genau der Ansatzpunkt. Der Grund, warum du für Clark Werbung machst, ist nicht, weil du dich besonders gut mit Clark auskennst, sondern weil du von Clark bezahlt wirst. Genauso... Und das ist der gleiche Ansatzpunkt, den halt Finanzinfluencer haben. Die kennen sich auch nicht aus und wir machen halt viele ihrer Tipps auf Basis des kommerziellen Ansatzes. Das ist schon ziemlich komisch hier gerade. Also, das ist... Ich habe schon eine Menge ironische Placements gesehen, aber das hier ist eine ziemliche Kirsche oben auf eine Torte. Das ist schon ziemlich wild. Das könnt ihr dann ganz einfach mit Clark checken und wechseln. Oder weil ihr eine Versicherung abgeschlossen habt, die ihr in eurer Lebenssituation eigentlich gerade gar nicht braucht. Wenn ihr das Ganze über Clark verwaltet, übernehmen die auch ganz einfach die Kündigung dabei für euch. Ja. Ihr könnt euch bei Clark von Experten beraten lassen. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mir mal die Entwicklung von Clark angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die seit jüngster Zeit sehr viele negative Kommentare kriegen zu ihrem Service und zu den Leistungen, die sie anbieten. Also, ironischerweise, dass das alles gar nicht mehr so gut läuft, wie man sich hier verkauft. Aber das ist halt... Also... Alter, ich fasse das nicht. Das muss doch aufgefallen sein. Come on, das muss doch auffallen. Wir haben hier gerade fünf Minuten darüber gesprochen, dass Influencer die Finanzprodukte verkaufen, die sich nicht mit Finanzprodukten auskennen, zu einem Gesetzesvorschlag führen, damit diese Finanzprodukte nicht mehr vertrieben werden. Man könnte das Argument aufmachen, dass das unter gewissen Umständen für genau diese Situation ebenso greift. Jemand, der keine Ahnung hat von Versicherungskonzepten, dazu auch keine Befähigung, irgendwas zu empfehlen. Also, außer ich irre mich jetzt und er ist in Wirklichkeit Versicherungsmarkler, dann bin ich halt irgendwie wild. Also, da bin ich mir raus. Da bin ich wirklich raus. Das ist komisch. Müsst ihr aber auch nicht, wenn ihr das nicht wollt. Einfach so, wie ihr das für passend und angemessen findet. Alles ganz simpel über eine App auf dem Handy, egal ob Kündigung, Kontrolle, Wechsel oder... Ich hab grad bei Finanzfluss die Kommentare zu Clark gelesen, holy shit, die negativen Kommentare. Es ist nicht cool. Es ist wirklich nicht cool. Schadensfall. Und natürlich auch ganz transparent kommuniziert. Damit Clark das für euch machen kann, erteilt ihr denen bei Anmeldung ein Maklermandat für eure Versicherung. Klärt das also ab, falls ihr schon einen Versicherungsmakler habt. Ansonsten gibt es bei denen noch eine nice Aktion, wo ihr bei Anmeldung nochmal was sparen könnt. Wenn ihr nämlich als Neukunde den Code KLENGERN44 benutzt, bekommt ihr einen Gutschein bis zu 45 Euro, wenn ihr bis zu drei Versicherungen hochladet. Also, checkt das... Oh, Klänge an, Bruder. Das ist hier aber auch wirklich... Das ist... Oh, Brudi. Ja, fühl ich jetzt nicht so. Fühl ich... Ist eine ungünstige Platzierung, meiner Ansicht nach. Ganze gerne mal ab, wenn es euch interessiert. Ganz oben in der Videobeschreibung. Ja. Ja, so hätte man so eine ausgewogene und differenzierte Werbung machen können, ja. Ist das so? War die denn ausgewogen und differenziert? Spielt denn das die Bewertung der Kunden wieder? Ist das denn so? Ha, komisch. Allem Anschein nach ja nicht. Aber wurde ja Geld für bezahlt. In dem Bericht über das Verbot ging es aber nicht nur um Finanzen, sondern auch... Vorbild könnte Frankreich sein. Dort müssen Influencerinnen Werbung deutlich in der Caption und direkt im Video kennzeichnen. Auch Werbung für Schönheitschirurgie, bestimmte Tabakwaren und Sportwetten ist verboten. Es drohen Strafen bis 300.000 Euro. Und das finde ich wiederum sehr gut. Gerade sowas wie Tabak, Alkohol oder Glücksspiel sind so eine Sch***e, die regelmäßig Leben zerstören. Warum sollte man in aller Öffentlichkeit vor einer Menge Menschen, Jugendlichen, Kindern dafür Werbung machen dürfen? Und leider ist das so, dass bei einigen fragwürdigen Kandidaten im Internet leider eine Menge sehr junge Leute zugucken, die das unreflektiert übernehmen oder ziemlich abfeiern. Und ich finde das auch gut, wenn Strafen dafür dann hoch angesetzt sind. Denn was juckt ein Stre... Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Video hat nach dem Placement für sich komplett seine Wirksamkeit verloren. Also komplett. Das ist alles in die hohle Luft rein. ... dass er 50.000 Euro Strafe zahlen muss, wenn er für den Casino-Deal eine halbe Million bekommt. Ja gut, oh nein, habt ihr mich erwischt? Na dann zahle ich die Strafe wohl mal. Und auch das Thema Schönheitsoperationen hatten wir ja schon in einem der letzten Videos angesprochen. Und ich hab da auch gesagt, so eine einheitliche Regelung dafür wäre eigentlich schon ganz nice. Denn wenn sich da Leute hinstellen und sagen, ah, es war so eine geile Idee, alle meine Zähne abschleifen zu lassen und mir künstliche Zähne einsetzen zu lassen, mit 18 Jahren. Und dann sehen das andere und denken sich, ah, wenn der sagt, das ist gut, ja, dann ist das bestimmt auch gut, dann mach ich das auch mal. Und dann erzählen die Influencer ein paar Monate später, dass sie den Eingriff mittlerweile ziemlich sch*** finden und bereuen und es gar nicht mehr gut finden. Ich habe allerdings keine Veneers gemacht, sondern ich hab das absolut Schädlichste vom Schädlichsten gemacht und ich hab mir einen Kronen machen lassen. Dann ist die gesamte Situation ziemlich sch***. Aber warum ist das eigentlich so ein Problem, vor allen Dingen bei Finanzinfluencer? Das Problem, Influencerin kann jeder werden. Ja. Oh Gott, Ironie, Alter. Du brauchst außer ein Handy gar nichts. Kein Abschluss, keine Vorkenntnisse, kein Wissen, keine Expertise, nicht mal ein Budget, damit du das Projekt überhaupt umsetzen kannst. Ich könnte jetzt anfangen, mir einen Account erstellen und sofort Leuten im Internet meine geilen Finanztipps erzählen. Und offensichtlich wäre ich damit auch nicht der schlechteste Finanzinfluencer auf dem Markt. Und wenn man halt ein böser Bursche ist, der Böses im Schilde führt, dann sucht man sich halt leichtgläubige Leute, die schnell bereit sind, Geld in etwas zu investieren, was ich denen halt so empfohlen habe. Ist das dein Besch***er Ernst? Das kann der doch nicht gemerkt haben. Das kann der doch nicht gemerkt haben. Also, das ist doch Absicht hier gerade. Haben wir den April doch immer nachgezogen oder so? Ich bin vollkommen aufgeschmissen. Wir erinnern uns alle an geile Trading-Krypto-Kommen-in-die-Gruppe-S***er. Die Gruppe ist das Geilste. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Und was bei sowas auch immer gerne beworben wird, sind Schneemalsysteme. Oder ein Pyramidenschema oder Network-Marketing oder Multilevel-Marketing oder nenn es, wie du willst. Ja, da wird gerne mal die finanzielle Freiheit beworben. Arbeite nur ganz wenig und von überall, wo du willst und werd ganz schnell ganz reich damit. Kurzer Shoutout. Auf TikTok gibt es gerade eine Situation, wo ein TikToker, ein relativ junger Typ, ich weiß gar nicht, wie er heißt, irgendwas mit L oder so, irgendwas kurzes, Levi oder sowas, Multilevel-Marketing und Schneeball-Systeme outgecallt hat. Und die haben sich übelst darüber aufgeregt. Und der hat die, der hat die übelst zerstört. War richtig gut. Levi heißt der. Kann ich nur empfehlen. Der hat da auf deiner Couch gesessen und hat gesagt, ey, die ganzen Söhnen, die Multilevel-Marketing machen, die haben übelst verkackt, Digga. Was sind das für kleine B**** auf dieser Basis hier. So, also ich hab das jetzt nur humoristisch ein bisschen extremer gemacht. Und die dann so, nur weil ich meinen Traum verwirkliche und endlich finanziell unabhängig bin. Wir haben gar kein Schneeball-System. Du kannst es ja gar nicht beweisen. Digga, guck euch mal hier die ganzen Beweise an. Und er beweist alles. Und dann so, ähm, das ist, das ist voll nicht wahr. Alter, das ist übel, übel komisch. Ja, du musst nur das hier tun und erstmal mir Geld dafür geben. Zwinker, zwonker und dann empfehle es doch gerne 5 deinen Freunden weiter. Wenn man erstmal in dieser Bubble landet, merkt man erstmal, wie viel Bullshit-Werbung dafür auf Social Media gemacht wird. Oder es werden einzelne Aktien oder Krypto-Coins empfohlen, die bald auf jeden Fall durch die Decke gehen und uns reich machen werden. Und dann verlieren leider sehr viele Leute sehr viel Geld. Schade. Aber, das lohnt sich vor allen Dingen für die Finanzinfluencer. Denn das Interesse an Finanzcontent ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Die Anzahl der Leute, die in Deutschland in Aktien investiert haben, war eigentlich immer relativ niedrig. Viele haben gesagt, ah, das ist mir zu unsicher, da kenne ich mich nicht aus, ich möchte was sicheres. Payback-Punkte zum Beispiel. Playback. Stimmt's, Herr Ahrens? In der neuen Generation ändert sich das aber mittlerweile. Entschuldigung, ich muss nur noch was aufmachen für das Ende von diesem Stream. Vor allen Dingen auch durch mehr Aufklärung und Information im Internet. Früher musstest du Bücher lesen, Aktienkurse verfolgen, zu einem Finanzberater gehen. Äh, Arbeit. Heute kannst du das alles dank deines Handys innerhalb von fünf Minuten von zu Hause aus deinem Bett machen. Und vor allen Dingen durch Corona sind die Zahlen der jungen Aktionäre in den letzten Jahren nochmal deutlich gestiegen. Der Markt wächst also. Aber, dann ist halt auch... Öttinger? Nee, nee, was anderes. Aber da komme ich gleich noch zu. ...mehr Platz für Leute ohne Plan da. Trotzdem finde ich ein generelles Verbot erstmal ein bisschen schwierig. Man muss schauen, wie das umgesetzt wird. Denn auch die guten und kompetenten Finanzinfluencer sind ja auf Werbeeinnahmen angewiesen. Und ohne diese Werbeeinnahmen gäbe es die guten halt auch nicht. Und ohne die kompetenten Influencer könnten wir uns alle auch nicht so ganz einfach informieren und unsere finanzielle Situation verbessern. Aber, auch da muss man halt schauen, wie wird denn wieder beworben? Klärt man über Chancen, aber auch über Risiken auf und vermittelt man den Leuten ein differenziertes Bild, damit sie sich selber eine Meinung bilden können? Oder ist das eher sowas hier? Wenn du wissen willst, wie man mit diesem Fall 100 Euro verdient, jeden sch*** Tag, dann swipe ab. Was sich viele Leute bei diesen Diskussionen im Internet aber oft fragen, übernimmt man wirklich alles einfach so, was man im Internet hört? Ich sehe immer wieder unter meinen Videos Kommentare, die sowas sagen wie, ja für wie blöd haltet ihr uns denn? Dass wir einfach alles glauben, was ein Typ im Internet uns erzählt. Alter, das wird gleich richtig unangenehm noch. Also, tut mir leid, es wird gleich richtig unangenehm. Und der Grund, warum es gleich richtig unangenehm wird, ist, weil ich mir gerade mal den Spaß erlaubt habe und ein bisschen durchgescrollt bin. Ich bin mal in den App-Store gegangen und habe mal die neuesten Reviews zur Clark-App genommen und wir werden die gleich mal ein bisschen durchlesen, um ein differenziertes und sachbezogenes Bild der Nutzer-Reviews von diesem Store zu geben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieses Video ist nach diesem Placement einfach nur noch ein riesiger Self-Roast. Also, das ist wirklich ein riesiger Self-Roast. Das ist unglaublich. Ich verstehe gar nicht, was ihr meint. Ist die Erde doch eine Scheibe? Ich weiß, ihr glaubt nicht alles einfach unreflektiert, weil ihr schlau seid. Aber vielleicht andere. Menschen, die vielleicht keine große Medienkompetenz besitzen. Menschen, die vielleicht einfach zu gutgläubig sind und nicht daran denken, dass bei manchen einfach das finanzielle Interesse im Vordergrund steht. Kinder. Menschen, die sich nach Hilfe sehnen und hoffen, dass ihnen irgendwas abgenommen wird, damit es für sie irgendwie ein bisschen leichter wird im Leben. Weil sie mit dem ganzen Finanzthema sonst einfach ein bisschen überfordert sind. Äh, ETF, Riester-Rente, Tagesgeld und wie shorte ich eigentlich Nvidia mit 400er-Hebel? Keine Ahnung. Ich glaub, ich vertraue nur KLS. Also 99% von euch sind wirklich faule Ratten. Ich finde das eigentlich sehr gut, dass darüber diskutiert wird, ob man manche Sachen strenger regulieren sollte, damit nicht so viele Leute im Internet abgezockt werden. Oder dass ganze Existenzen zerstört werden, weil Leute zum Rauchen oder Zocken verleitet werden. Warum ist das erlaubt? Ob das Ganze aber wirklich kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Regelungen sollen demnach europaweit gelten. Die Koalitionspartner FDP und SPD sehen das Ganze aber doch sehr kritisch. Wir sind also gespannt. Das steht jetzt im Raum. Mal gucken, ob aus dieser Diskussion noch was wird. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Sagt ihr, ja komm, mach endlich einen Riegel davor, weg mit den Leuten. Oder seht ihr das anders? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu und in den Kommentaren. Und falls ihr euch gerne eine eigene Meinung von Clark machen wollt, könnt ihr das natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Und das machen wir jetzt auch. Vielen Dank, Kleingan. Wir machen uns jetzt mal eine eigene Meinung von Clark. Ich habe hier den App Store offen. Und das könnt ihr auch gerne machen, weil dann könnt ihr verifizieren, dass ich hier keinen Scheiß erzähle. Könnt ihr einfach den App Store mal aufmachen, auf welchen Plattformen auch immer. Könnt ihr in die Bewertung gehen und dann einfach mal nicht nach nützlichste Bewertung machen, weil die alt sind, drei Jahre alt, vier Jahre alt, sondern nach neuste Bewertung gehen. Und dann gucken wir mal, was hier so drin steht, ja. Ich denke, das ist relevant, damit wir das mal vorlesen können. War mal gut, jetzt nur noch nervig vom Donnerstag. Neue Versicherungen sind schnell abgeschlossen. Will man aber vorhandene einfach nur kündigen und ändern durchführen, wird das gleich kompliziert. Beim ersten Mal wird man direkt angerufen. Der Chat wird im Übrigen nicht benutzt. Und wenn man nicht rangeht, kommt eine automatische Antwort. Man würde nicht auf die letzte Nachricht antworten. Auf eine Änderung warte ich vergeblich aktuell plus vier Monate. Verbesserungen bleiben auf der Strecke. Nicht nochmal. Eine Versicherung sollte seit 2021 gekündigt worden sein und ist bis heute immer noch am Laufen. Nun kann ich diese bis 2025 abbezahlen. Die kümmern sich um nichts und antworten nicht nochmal, wenn man ein Problem hat. Nicht nochmal. Reinste Katastrophe. Bekomme seit Einreichen eines Schadensfalls sowohl per App als auch auf meine Mails keine Antwort mehr. Sehr enttäuschend. Unrechtmäßiger Vertragsabschluss. Bloß nicht. Unseriöse Plattform. Hochgradig unseriös. Tolle App. Vorsicht, Drückerkolonne. Schlechter als gedacht. Aufdringlich. Guter Überblick. Zwei Sterne. Anrufe. Finger weg. App gut, aber Support-Katastrophe. Absolut nicht zu empfehlen. Absoluter Spam. Rufen mich an, um mehr Versicherungen zu verkaufen. Termine nicht eingehalten. Nix für Social Anxiety. Es wurde sich nie gebildet. Vorsicht mit Maklervertrag. Instransparent und aufdringlich. Ich lese weiter vor. Masse statt Klasse. Schließen ohne Rückversprache Verträge ab. Gutschein nie erhalten. Vorsicht, Datenbetrug. Klark ist schlechter als gedacht. Qualität leider abgenommen. Telefonterror. Hier ein guter. Fünf Sterne. Transparenz und Vergleichbarkeit. Unseriös. Übersicht, okay, aber reine Vertriebsmaschine, um Daten preiszugeben und dafür unnötiges Aufdringen dazu bekommen. Super. Lange Wartezeiten. Das sind alles Ein-Sterne-Bewertungen. Das ist richtig übel. Und weißt du, dass man das vorlesen sollte, wenn man sich vielleicht mal darüber Gedanken macht, ein Finanzprodukt zu empfehlen? Kling an? Weil du hast hier gerade ein Finanzprodukt empfohlen. Mit einer langen Laufzeit. Das ist richtig cringe. Mensch, in einem Video, das sich darum kümmert, werden Abzock-Influencer bald verboten, in einem ironischen Super-Self-Diss darauf aufmerksam zu machen, dass Leute mit Versicherungen und dem Ganzen oder mit Finanzprodukten sich nicht auskennen, um dann ein alternatives Finanzversicherungsprodukt an die Leute zu bringen. Das ist halt sehr unangenehm. Digga. Ich würde das nennen, weißt du, wie würde ich das nennen? Negativ qualifiziert. Aber Geld, ne? Geld, Geld. Ich nehm's ja auch. Ich nehm's ja auch. Ich nehm das Geld ja auch. Aber eben nicht um irgendwelche Sch***-Versicherungen. Alter, das ist cringe. Was soll das? Ich darf ja trotzdem anmerken, dass das nicht auf einer Stufe stellen würde und Mr. Steyer besonders drüber schlägt. Das eine ist eklig, das andere ist einfach nicht besonders smart. Ey, tut mir leid. Hold the f*** up. In einem Video, das sich besonders darauf konzentriert, uninformierte Influencer in Verbindung mit Finanzprodukten darüber lustig zu machen, dass die keine Ahnung haben, wovon die reden und deswegen immer schlechte Entscheidungen weitergeben, besonders wenn man weiß, dass diese schlechten Finanzierungsentscheidungen und Finanzproduktentscheidungen direkt gekoppelt sind mit Transaktionen. Glaubst du, Finanz-YouTuber machen schlechte Entscheidungen, weil die dafür nicht bezahlt werden? Nein. Der Grund, warum die die machen, ist, weil die einen monetären Antrieb haben. Und hier liegt die Krux. Die Krux ist der monetäre Antrieb. Das ist ganz klar. Und sich dann jetzt hier hinzusetzen, und das muss man einfach mal sagen, und denselben monetären Antrieb zu haben, bei einer offensichtlichen, unqualifizierten Finanzproduktberatung, das ist schon ziemlich wild. Ich lasse Klagwerbung gerne durchgehen. Ich muss ja nicht mit jeder Werbung einverstanden sein. Aber in diesem besonderen Moment sollte man vielleicht mal, wie sagt man, nicht auf die parasoziale Verbindung reinfallen und irgendwelche Kompromisse eingehen. Weil das schon ziemlich frech ist, Alter. Das hatte einen gewissen Geschmack. Also das war wirklich ein gewisser Geschmack. What the fuck? Ist ja nicht dasselbe. Du kannst ja sagen, ey, come on, Bro. Lies dir die Sch*** mal durch. Da stand Drückerkolonne. Drückerkolonne. Hä? Da muss man aber schon, also vielleicht das mal erwähnen, dass die in letzter Zeit supporttechnisch nicht so gut abliefern. Und das eigentlich nur das ist, was es halt am Anfang auch war. Nämlich einen Makler, der gewinnorientiert mit dir zusammen versucht, deine verschiedenen Profite reinzuholen. Es ist absurd. Also das muss man mal sagen. Das ist wirklich absurd. Ey, und nochmal. Tut euch den Gefallen. Hört nicht auf mich, sondern lest euch die Sch*** durch. Das ist öffentlich einsehbar. App Store, App, neuste Bewertung und dann scrollen. Ganz viel scrollen. Einfach machen. Ihr müsst ja nicht auf mich hören. Einfach, ich sag euch einfach, wo ihr es findet. Plus lange vertragliche Bindung. Ja, geil. Das Problem ist mir gerade nicht, und ich mach das nochmal ganz klar, weil ich möchte das ganz klar machen. Von mir aus mach eine Klagwerbung. Aber mach sie nicht so, dass du dich darüber ausprägst, dass uninformierte Influencer ja mit ihren Sachen sich nicht auskennen, um dann so eine Werbung einzuspielen. Es tut mir leid, das war schon sehr, das war schon, das war, das war self-harm, Alter. Das war self-harm. Das finde ich nicht gut. Weißt du, warum ich mich besonders so aufrege? Ich muss mal dazu sagen. Ich will, dass das alles in dem Video drin ist. Der Grund, warum ich mich besonders davon ausrege, ist, weil Klängern ja einer von den Juten ist. Also ich reg mich hier nicht darüber aus, weil irgendein Schmutz-YouTuber mal wieder irgendeinen Schmutz gemacht hat, sondern wir halten einen hohen Maßstab an Content-Creator, die von sich selbst auch von einem hohen Maßstab und Kredibilität profitieren. Und da ist es einfach wichtig zu sagen, manche Dinge kann man da halt einfach nicht so gut durchgehen lassen. Und das ist, da ist dann, das ist dann überdurchschnittlich. Wenn man das möchte, dann kriegt man das halt auch irgendwie. Aber so, puh, 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 puh. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.